Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Experimente mit unzähligen Toten, der Mörder mit dem Herrn. Nach exakt drei Jahren rollt die Polizei den Fall wieder auf. Und Viktoria taucht auf. Wer das Buch findet, findet auch den Mörder. Alex und Thea sind tot, Christine ist weg und der Mörder läuft irgendwo frei herum. Wenn das rauskommt, dann werden hier Fragen gestellt. Die machen das ganze Fass wieder auf. Entweder sehen wir das Offensichtliche nicht, oder wir können das gar nicht mehr sehen. Den Lauf der Dinge manipulieren und Gott spielen? Was glauben Sie denn, wie das ausgehen soll? Sie sind der Mörder von Alexander Michalski. Der Mörder von Alexanderindungcerhwallt. 民